Ich bin voll dafür, dass wir sowas mal öfter machen. Einfach mal so in jeder Aufnahme mal reingucken. So, und jetzt alles ausbauen. So, Arzt renovieren, weil dadurch steigt ja unser 20-minütiges Einkommen. Jetzt ist es schon auf 4600. Und dann kriegen wir nämlich alle 20 Minuten den ganzen Arsch voll Geld. Als allererstes soll man in Banken investieren, habe ich gelesen. Aber ich habe so viel Geld, da konnte ich eigentlich mein Alles investieren. Ich habe das vorher nie so gemacht, die Sachen verkauft. Naja. Ich habe jetzt hier noch eine richtige Verkaufsession, äh, Kaufsession, hier mal alles ausbauen. Wenn wir damit fertig sind, ist dann wohl auch die Aufnahme mal gegen Ende. Äh, wo lang muss ich da lang? Ich bin mal ein bisschen verwirrend, wenn da die... Äh, ja. Naja, Start ist bekannt. Super, es bringt mir jetzt sehr viel, weil ich will doch hier eigentlich nur Sachen ausbauen. So, die Bank ist... Wo ist die Bank? Äh, hallo? Hier. Hallo Bank. Renovieren. 5200 alle 20 Minuten. Es wird immer mehr. Immer mehr. Das hat sich richtig, richtig gelohnt. Und jetzt den Schmied noch ausbauen. Und jetzt da den Bücherladen noch ausbauen. Ich baue jetzt alles aus, was mir über den Weg läuft. Ja. 5.750. Alle 20 Minuten. Wir haben noch 20.000. Ich glaube, ich kaufe mir doch die Armbust. Bin mir nicht sicher. Ich hätte die gern. Weil das doch ziemlich Vorteil bringt. Aber... Aber... Feministisch, ja. Erstmal noch nicht. Fakt ist, ich würde jetzt gerne mal so... Da noch die Sophia-Quest machen. Ich will gar nicht aufhören, aufzunehmen. Ich weiß nicht, warum. Ich will nicht aufhören. Weil es gerade so schön ist. Endlich mal Geld in der Hand. Naja. Geld in der Tasche. Außerdem tun mir ja die Byzantiner nix. Geil? Ihr seid brav, solange ich brav bin. So, was haben wir hier noch? Gerade nix zum Ausbauen. Das ist zwar schade. Aber... Es wird sich bald ändern. Hoffe ich mal. Weil... Ne, das kann ja nicht Dauerzustand sein. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Dann... Ah, ja. Aussichtszüge konnte ich auch mal wieder sammeln. Was wollen ihr jetzt? Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Äh, ja. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich würde hier gerne mal ein bisschen so... Aussichtspunkt erobern. Den da oben nämlich. Wie komm ich denn jetzt da bitte hin? Weil eigentlich durfte ich hier hoch bin. Kleiner Tipp noch am Rande. Es ist immer besser, sich so hier festzuhaken. Anstatt einfach... ...dem Glück zu... ...überlassen, dass man... ...irgendwie... ...noch auf das Dach kommt. Ja. Weil dadurch könnte man Fallschaden kriegen. Und wenn man sich festhakt, kriegt man den nämlich nicht. Ja. Das ist so ein kleiner Trick. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trick ist oder nicht. Für mich ist er einer. Wenn es für euch keiner ist, hat er jetzt gerade Pech gehabt. Für mich ist es einer. Punkt. Ist das da kein Aussichtspunkt? Ist das einfach nur so ein Turm? In dem man hochklettern kann? Oder hab ich den schon? Ist doch kein Aussichtspunkt, oder? Oder irre ich mich? Kann gar nicht sein. Ich hab immer recht. Das ist kein Aussichtspunkt. Ist ja frech. Wie komm ich jetzt hier runter? Hm? Da unten ist was, aber ich würde nicht drauf wetten, dass ich reinkomme. Aber ich komme rein. Gut. Und... ...naja, ich sollte mir die mal ein bisschen auf der Karte markieren. Die Aussichtspunkte. Und zwar am besten so, dass ich da noch an vielen zum Ausbauen vorbeilauf. Nämlich am Schmied. Den kann ich noch ausbauen. Wie erklärt? Ich mach jetzt hier Aufbausession. Weil wir gerade das Geld dazu haben. Und dann wird wir später das Geld dazu auch noch haben. Mach das einfach mal. Das schadet nie. Denk ich mal. Nimm mal hier den Schmied noch mit. Hallöchen Schmied. Können wir uns auch gleich noch die Armbrust kaufen. Und... Hallo Schmied. Armbrust. 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 So. Neue Gegenstand erhalten. Armbrust. Perfekto. Den würde ich mir jetzt gerne auf unten legen. Auf unten. Also auf die... Vier? Und das auf die drei. Das auf die vier. Das auf die drei. Das auf die... Äh. Das war doch die vier. Das auf die... Ich will doch die Armbrust auf die vier haben. So. Passt. Also wenn ich jetzt vier drücke, komme ich auf meine Armbrust. Ähm. War gerade ein bisschen schwierig. Ey was? Das wollte ich aber nicht machen. Ich habe jetzt einfach nur Tab gedrückt, weil ich gerne... Sagt mir nicht, dass jetzt wieder alles weg ist. So dass ich wenigstens merke. So. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen aus. Und zwar hier komplett das letzte Viertel. Man muss noch gerade den... Äh. Den Schneider hier. Brenne ich zwar gerade in der falsche Richtung, aber macht ja nix. Das geht mir noch mal so weh. Ich habe genug Geld dafür. Gedeckt. Ey. Doof. Doof. Oh klar. Was machen wir jetzt? Mann, jetzt hat der nicht Medizin gekostet, der Affe. So. Ambusbolzen sind voll. Das ist... Äh. Sowas müssen wir ja nicht... renovieren. Nicht so wie in... Brotherhood. Und Brotherhood muss man... Da muss man noch die Tunnel-Eingänge renovieren. Mir fällt gerade auf, ich kriege ein richtiges Pappenmaul. Ah, die Wickelrede. Noch mehr für Piri. Ich habe ja gar kein Geld mehr. Wie soll ich sie denn ausbauen, ne? Ich habe ja gar kein Geld mehr. Das ging mir jetzt alles in die... Auf die Armbrust. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal... Wir klappern jetzt mal hier als Aussichtstürmer ab. Kann ja nie schaden. War da eigentlich. War also doch ein Fehler, sich jetzt schon die Armbrust zu kaufen. Naja. Wir kriegen noch genug Sprengstoff, dass wir sagen können, wir gehen später nochmal zum Piri. Und geben ihm dann... All unser Sprengstoff wieder. Jedes Mal, wenn wir Wachen ausrauben, kriegen wir da ein bisschen Sprengstoff. Und ich meine, das passiert ja jetzt nicht gerade selten. Dass wir so Wachen ausrauben. Oder? Ist das Seltenheit? Ich glaube kaum. Au. Warum bin ich eigentlich so doof und springe da rum? Tja. Warum ruckelt das? Aussichtsturm... Was ist der? Ja, da ist ein Adler. Adler ist gut. Adler heißt Aussichtsturm. Ist quasi so eine geheime... Geheimes Zeichen, dass da ein Aussichtsturm ist. Und zwar der da. Ach, komm schon. Was soll denn das jetzt? Ähm. Ich würde da gerne hoch. Danke. Anstrengend heute. Hallo Adler. Hallo Box. Noch mehr Zeug für Piri. Dreimal Hagel. Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Synchronisieren. Und ich rede jetzt schon eineinhalb Stunden. Das gibt's doch nicht. Fast eineinhalb Stunden. Auch mal wieder auf zwei Stunden schaff. Weil ich hab ja noch so viel vor. So. Gehen wir mal weiter. Und zwar würde ich gerne hier noch bekannte Aussichtstürmer abklappern. So, den da. So, den da. Den da. Und den da. Und da die Feste noch holen. Was ist denn die letzte Feste? Und den? Ajo. Gut. Und da ich spiele und ihr nur zuguckt, darf ich ja entscheiden, was wir machen. Deswegen entscheide ich jetzt, dass wir uns da oben den Animus-Synchronisationspunkt holen. Und jetzt gehen wir da zum Aussichtspunkt. Und erst mal alle Knochen brechen und gar nichts mehr sehen. Und weiter geht's. Ha! Ich glaub da voll in den Rücken springen. Wir sind übrigens immer noch gesucht. Selbst, äh, selbst wenn wir unsere Farbe ändern, geht der Gesuchtsstatus nicht weg. Und wie man sieht, wenn man den Haken ausfährt, kriegt man keinen Fallschaden. Fallschaden. Ich muss dich nicht mehr machen. Das sieht mir nach Sperrgebiet aus. So ein bisschen. Oder? Hm. Phosphor? Da sind ja nicht Scharen. Das ist nicht so gut. Da muss man durch. Äh, was? Lass mich mal bitte durch. Ich möchte euch nix, nix Böses, nein. Ich will nur da hoch zum Aussichtspunkt. Mehr will ich nicht. Und eventuell da rein. Da ist nämlich ein Animus-Punkt. Ich hab's Gefühl, da darf ich nicht rein. Ich darf da sicherlich hoch. Ich darf da sicherlich hoch, gell? Ja, ha. Ja. Dann erkämpf ich mir den Punkt halt. Oh, 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 oh. Das sind böse. So. So, Janischar sind unglaublich schwer zu besiegen. Also, vor den Gegnern hab ich echt Respekt. Vor den anderen eher weniger. Wie man sieht. Ah, gut. 14 von 100 Animus-Defragmenten. Medizin voll, Armbrustbolzen voll, Kugeln voll. Schade. Naja. Ähm, hochkommen geht so. Gut. Der Aussitzpunkt ist... Daumen. Ich hab's gefühlt, wenn dieses Geräusch kommt, dann wird was auf unser Konto gezahlt. Ich bin mir grad nicht sicher, aber es könnte sein. Naja, ich mach jetzt hier noch den Aussichtspunkt und dann mach ich mal... ein bisschen Aufnahmepause. Weil ich will jetzt nicht mehr... Hab jetzt lang genug gemacht. So, noch runterhüpfen. Und jetzt noch tschüss sagen und tschüss. 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 Vielen Dank.